So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, beziehungsweise es heißt wieder Pokémon Go, andersrum, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es heißt wieder Raid am Mittwoch, beziehungsweise es heißt wieder so. Ne, das ist YouTube-Kacke, wenn man die selber macht. Ist halt nicht lustig, wenn man die selber macht. Also, das ist schon wieder. Also, wir haben, ich bin total, ich bin, ich, ich weiß nicht mehr, was muss denn noch alles passieren, versteht ihr? Ja, deswegen redet man auch Stuss und deswegen fangen wir jetzt direkt an mit den Highlights der Woche, mit dem Schocker der Woche und keine Ahnung. Mir fehlen die Worte, es ist einfach komplett. Ich bin froh, wenn irgendwann mal so Licht am Himmel ist oder so Zeug und dann greifst du da rein und dann verbrennst du dir da auch noch die Hand dran. Also, das ist Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute war auch, ja gut, ich nehme das am Mittwoch auf, heute war auch Raid-Bus-Wechsel. Aber Jonas ist krank, ich musste in die Stadt, Bus, weil Auto ist ja auch immer noch nach vier Wochen in der Werkstatt. Juhu! Alles passt auf jeden Fall perfekt. Aber das Schlimmste steht noch aus. Deswegen kriegt ihr Raid am Mittwoch am Donnerstag und den Community-Raid von Mittwoch am Freitag. Das ist doch auch richtig genial. Und jetzt Video Start kommt. Angefangen hat die Woche hier beim Kaiser Kai, der ist Glücksfreund geworden mit dem Habanero Lime-Account. Henry Niki hat mir dann das Ticket geschenkt für das Madrid-Event. Ja, das weltweite Madrid-Event hat stattgefunden. Henry hat mir gegönnt. Danke dafür. Dann ein 100% Zergarte von Klotzi. Jetzt müsstet ihr sagen, das ist doch aber schon der Schocker der Woche. Aber der hat mir das nicht geschickt. Privat für Raid am Mittwoch. Er hat es mal in der Gruppe gezeigt, im Telegram-Fan-Chat. Deswegen habe ich gedacht, das sieht gut aus, das möchte ich zeigen. Aber er hat es nicht für uns reingesendet. Deswegen ist es nicht Schocker der Woche. Das muss was Exklusives sein, was noch keiner gesehen hat. Großartig. Trotzdem finde ich es cool. Jetzt Ruten laufen, Zergarte-Zellen finden, das Ding zum Optimus Prime umfusionieren. Und dann geht das bestimmt richtig brutal ab. Dantro ist auch Glücksfreund geworden hier. Henry Niki hat mir das C-Day-Ticket geschenkt. Also der meint es echt gut mit mir. Der gönnt hier richtig. Blood and Tears war wieder unterwegs. Hier Shiny Arakwa, Shiny Mangunion, Nas Gnet, Potrotz, Mogon, Pummeluf. Voltobal, Krabbox, da ist es mit den roten Boxern schon. Shiny Skaluk, 100% Koalilu. 100er Radfratz, Fucano, Krabbox, Sneebel, Remorite. 100er Garnovel. Garnovel auch ganz besonders natürlich. Ist so genial, dieses kleine Schnappi aus dem Ei. Was du brüten musst, damit du überhaupt einen 100er kriegst. Hat sie geschafft. Passt Genaya vom Aquana-Girl hier Shiny Demeteros bekommen. Heute sind ja dann schon Evil-Tar-Raids drin. Ich muss mal gucken, das ist für mich Pokedex-Eintrag. Hätte ich eigentlich aufnehmen müssen. Schaffe ich nicht. Muss ich anders machen. Keine Ahnung. Genaya mit Mary getauscht. Und der Main hatte Glück. 100% Blinfa. Glücks mit Mütze. Mary hat was aus der Spezialforschung bekommen. Meiningen, Glumanda in 100%. Kannst du natürlich zu Mega-Glurak machen. Alexander Ahringer. Endlich ein 100er Paras in Pokémon Go. Das ist ganz wichtig. Endlich die Voldoball-Familie in 100%. Endlich Shiny Potrot in Pokémon Go. Ab ins Tierheim. Random Tausch. Straufhain Thüringen. Das kommt mir ja so bekannt vor, als wäre das von einem Account, der mal hier in der Umgebung war. Und weil das so alt ist und du tauscht das, dann wird das Glücks 100%. Glückwunsch dazu. Sören. Zweiter Count. 100%. Demeteros. Ist das Shiny? Nein. Dafür müsste es nämlich ein bisschen heller sein. Das saß. Der saß an der letzten Arena. Nagelotz. Saß da und guckt. Aus der Quest. Nassknet. 100%. Kumulus. Schlurp. Shiny. Barsch war. Shiny. Ne, Krotz mal. Nur ein 96er hätte es hier gar nicht reingeschafft. Aber, weil er geschrieben hat, danke für die Einladung am Wochenende. Wir haben ja am Samstag und Sonntag Nick Rotz mal Rates für Zuschauer gemacht. Da gab es den. Das war eigentlich ganz cool, dass ihr den fangen konntet. Ich habe noch keinen. Dann hätte ich nämlich einen Fan-Rate-Pass ausgeben müssen. Die spare ich mir. Den einen, den ich noch habe. Für irgendwas. Ich warte aufs Go-Face, aufs Globale. Dann werde ich auch kotzen und rotzen. Gleichzeitig für Nick Rotz mal. Henry hier noch mit dem Shiny-Shanera. Shiny Demeteros. 100%. Oh ja. Rocara mitgenommen. Prinz getauscht. Koalelu. 100%. Der war in Madrid vor Ort am Start. Da hat er auch einiges hier reingesendet. Ihr seht zum Beispiel. Chabelle. Shiny bekommen. Schwarz. Elegant. Mit dem Ortshintergrund. Icognito. Shiny bekommen. Arakwa. Shiny. Sonnenfell. Shiny. Qua, quaff. Shiny. Choreobel. Shiny. Qua, quaff. Zwei. Evoli. Mit Mond. Krone. Katagami. Shiny bekommen. Auch mit dem Hintergrund natürlich. Krabbox. Shiny. Iotesto. Shiny. Lapras. Shiny mit Schleife. Evoli mit Sonnenkrone. Hier stand nichts dabei. Und Choreogel nochmal, aber anders. Shiny. Necrozma Shiny. Ich glaube, das ist das erste Necrozma Shiny, was ich sehe. Das hat ja eher so einen dunklen, abendhimmelblauen Touch. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Pikachu Shiny. Lunarstein. Shiny. Dann Shinux. 100% Garsteller. In den letzten 40 Tagen. Das war aber aus der Meisterliga der Go-Kampfliga. Und dazwischen habt ihr noch ein Cognodon 100% Glücks. Manche Sachen vom Scheinux wollte ich gar nicht mit reinnehmen, aber weil das so alles zu bombardiert mit Explosionen und mit, ich weiß nicht mal was das andere ist, Augen, Foden tapsen, habe ich das dann mit rein. Hier noch ein Herz. Der muss sich ja richtig genial freuen. So, hier, die letzten 30 Tage schillernd Fritzel, Blitz, Blitz und Viscora mitgenommen. Das war das schlimmste Bild von allen, aber wir haben es mal dabei. In den letzten 30 Tagen Glücks-Pokémon. Kommandutan, C-Mobs, Frospino, Tanatora, der hätte ich den Namen nicht mal gewusst. Viscagott, Hypno, Magnetilora, Maidon, Gengar, Meditalis. Das Frospino zeigt ja nochmal extra Teifel. Und es wird gefeiert. Lenz hat dann Shiny aus dem Moviepark hier einen Kader mitgenommen. Bottrop, Kirch, Yellen. Im Splitscreen war das eigentlich Imantis, aber jetzt ist es hier keine Ahnung. Feuerwehrfrau, Laura, zeigt uns noch ihr Sneebel. Und dann waren das schon die normalen Einsendungen für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, aber doch am Donnerstag aufgenommen, am Mittwoch. Wir haben jetzt aber noch den Schocker der Woche. Ihr merkt, gleich fällt er vom Tisch. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi, Schatz, mit dem schwarzen Gummimund, sondern haltet euch fest. Heiko, Fan, Raid, Go, AMK, hat sich gegönnt. Ne, Krozma, Raids. Und nach 359 Raids, da ist er. Liebe Grüße an dich und die Familie. So. Und nach 359 Raids, da das zweite Hunderter. Ne, Krozma. Einer mit Wetterbrust, einer ohne Wetterbrust. 26,30 der Hunderter wert, also mit Wetterbrust. 21,04, ganz normal. Das sieht auf jeden Fall stark aus. Jetzt könnte er natürlich da das so fusionieren, dass er also ein Lunala und ein Solga Leo macht. In 100% richtig pervers und brutal. Das ist stark, oder? Das ist der Schocker der Woche. Mein erstes, Ne, Krozma, Shiny gesehen bei euren Einsendungen. Und zwei, 100%ige, Ne, Krozma. Habt ihr schon Ne, Krozma gefangen? Schreibt es mir in die Kommentare, wie gut ist euer Bestes? Habt ihr schon ein Shiny davon? Kennt ihr jemanden, der ein Shiny hat? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut euer ausgelaugter Ramses. Jetzt erstmal ein Prime. Bis zum nächsten Mal.